Hallo und herzlich willkommen zurück bei Seven is to die. So, ich hatte mich ausgelöhrt. Wir waren im Prinzip ja fertig. Wir schauen jetzt einmal durch, was da ist. So, das ist leer. Einmal weg damit. Das ist gut. Okay, so. So, nehmen wir, das hatten wir, das davon hatten wir, da können wir noch schaffeln. Sehr gut, ciao. Das klingt alles gut, so. Wunderbar. Okay, lan. Gut. Das ist ein funktionierender? Okay. Ich hab leider kein Geld mit. Sollte ich mir vielleicht immer mal wieder mitnehmen. Hm? Gut, gut. 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 gut um soll es leer was da haben wir nix er gibt immer noch holz da Hm? Scrap, scrap, scrap? Okay. Hm, ja. Mal mitnehmen. Hm, gut. Ja, da komme ich nicht anders hin, okay. Was? Moment. Äh, das ist nicht euer Scherz. Euer Ernst. Das ist nicht. Gut. So, das war... Okay, la. Gut, dann gebe ich ins Haus hoch. So, die Küche. Das hatten wir schon, ja. Ja. Das heißt, ich brauche ihn nur noch da. Hm? Mhm. So, da waren wir unten, da waren wir drinnen. Das passt. Da hat man auch scharf geräumt. Das könnte man natürlich noch mitnehmen. Mhm. Mhm. Das hat man... Oh. Und wo haben wir da jetzt irgendwas aktiviert? Hm. Oh, crap. Irgendwas passiert. Hm. Oh. Die Frage ist, was ist passiert? Müssen wir dann noch schauen. Die Frage ist, was ist passiert? Müssen wir dann noch schauen. Moment. Verändern. 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 So, das haben wir. Ja. Mhm. Mhm. Crap. Und weg. So, wo geht's denn jetzt raus? Da zum Beispiel. War das der Garagenschlüssel? Nein? Hm. Wofür war der Schlüssel? Ach, warte, ich hab ne andere Idee, wofür der Schlüssel war. Moment, ich muss mal schauen, ob das dafür war. Das wäre ja im Keller. Ja. Ne, das war es auch nicht. Wofür war das? Für irgendwas muss dieser Schlüssel doch gut gewesen sein. Ne, den hatten wir schon. Hm. Den hatten wir schon. Hunger. Ich hab Hunger. Ich mach gleich. Wie viel Nahrung haben wir denn? 59, 69, 79, 89, 109. Oh, lass mal eins weniger. So, da bin ich runter und da. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da auch nichts, oder? und da. Wenn ich mal vielleicht irgendwann noch raus. So, also. Was könnten wir da rein tun? Wir könnten die scrappen. Achso, da ist schon was drin. So, da haben wir vier Blümchen, die können wir notfalls wegschmeißen. Gibt sicher woanders noch mehr. Da könnte man Zement ran tun. Okay. Da ist noch was, was im Fahrrad ist. Die 25 Steine können wir notfalls auch noch weg tun. Warte mal, Papier. Stoff. Zwei Glas. Das doch. Wunderbar. So. Das will ich nicht trinken. Das könnte ich trinken. Da haben wir noch sechs Blümchen. Ähm, wo ist der Stoch? Mach mal Klebeband raus. Okay. Sehr gut. Dafür können wir dann den Stoff... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. Kann man raus tun. Hier rein. Oh, nur Katzenfutter. Uhuhu. Gut, haben wir nicht mehr. Also. So. Den Samen hätte ich gerne mit. Das hätte ich gerne mit. Das Bier ist mir ruhig. So, ab nach Hause. Ich weiß, mein Fahrrad ist zu klein. Uhum. Uhum. Das hier haben wir auch noch nicht leer gemacht. Das hier schon. Hm. So, einmal ruhig da. Gut. ich brauche einen steck davon bruch so dass eine kummer kaufen gehen ein kleider oh cool ein drei bücher paket oder maschinengewehr paket ich nehme ein drei bücher paket ja super du bringst mich nach hause okay heute hast du nur einsatz gut dann fahren wir jetzt nach hause aber ich wollte zuerst schauen was du hast nichts was ich unbedingt dann hätte ahnstiefel kunst des bergbos drei rückland und der glückliche sammler so zeig mir dein inventar dankeschön tschüss bis demnächst ich habe jetzt ein quest angenommen kann man nicht ok dann fangen wir mal damit an da ist nichts drinnen das will ich gerne mit ja die hätten noch kaufen können das brauche ich wahrscheinlich sieben davon das was gekochte fleisch da ich habe aber dann noch plätze so was hätten wir gerne ich hätte gerne das mit das mit das mit das mit die hätte ich eigentlich auch gerne mit schockstabteile die könnten wir eigentlich auch kaufen aber ok so ihr bleibt da und wir wechseln wieder mal location wir gehen nach hause und werden die nächsten kontests dort machen so das hatte ich nicht schon in anderen spielstätten dass der zweite händler mich im prinzip wieder zurückschickt hat zum ersten also entweder ist das noch nicht ganz so wie gewünschen oder ich weiß noch nicht weil ich war der meinung er schickt mich dann vielleicht zum nächsten händler aber es tut er nicht so machen wir da mal ein paar zweierquests wenn wir dann beton haben können wir anfangen zu bauen hier wird noch so live hier habe ich weiß das ist auch interessant dass da habe ich leere wassergläser mit ja habe ich dann hätten wir wieder ein slot frei hoch ich war das nicht ich habe ich habe da zu viel wasser abgezweigt oder so so ich habe das ist ja ich habe die aber jetzt ist ruhig nehmen so essen getränke schmelzen die wir das warum wolltest du nicht doch jetzt schon ok gut dann schauen wir mal zum händler rüber und was der für uns hat so der hat zu nachtquests können wir dann bald machen aber jetzt auch nicht deswegen macht man da vorne die tür noch zu das haben wir schon gesehen ein hammer betonmischung achten schrank technik krieg anzerbrechende robotik geschützte munition ok eine pump kann aber so teuer ok die sind ja nicht drinnen gut Geht! Dass ich auch immer meine Spikes beschädigen müsste, echt. So, der ist fertig. Nein! Ich wollte den noch nicht mitten im Haus. Nein, ich habe ihn. Ich weiß, wo ich den Muni hab. Ach komm, ja. So, nachladen, nachladen und nachladen. So, nachladen, nachladen. So, nachladen. also was hast du mir noch fertig gemacht okay du könntest ein bisschen was einschmelzen rein da wieso daher so ein paar patronen hülsen mach mal 100 mädel wer weiß ich hab kein sand mhm ja 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 kom gut dann würde ich sagen war es das für heute mal jetzt immer mal daheim werden hier wahrscheinlich erst einmal ein bisschen aufbauen ausbauen und umbauen und ja mal steine klopfen oder so was wir haben noch gar keine mina lass ich mich mal kurz schauen auf der map ja ja oben könnte mal schauen oder darüber kam mal schauen ich weiß es noch nicht auf jeden fall müssen wir irgendwo mal nach unten zwar würde ich sagen hier mal schauen gut dann sage ich ja manchmal schauen bis zum nächsten mal so da ist das fertig aber umfinde ich deine die kommen jetzt da noch so 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 so